Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Cigaming, Flo wieder am Start, heute gibt es neuen SPC Content, wir haben Mittwoch, wir haben kurz nach 19 Uhr und heute wollen wir uns wie immer, wie jeden Tag hier auf dem Channel den 19 Uhr Content gemeinsam anschauen. Wir haben die Vlauvić, Squad Binning, Channel am Start, wir haben Silver Star, wir haben Silver Cup am Start, wir haben noch was Neues im Store, außerdem schon die Fernandes Upgrade, Showdown SPC Upgrade, das ist tatsächlich schon da, sehr verwunderlich und alles gemeinsam wollen wir uns natürlich heute wieder in diesem Video anschauen. Bevor wir rein starten, wieder kurz zu erinnern an euch, gerne Liebe da lassen, wenn ihr meine Tag hier unterstützen wollt, macht das gerne mit einem fetten Daumen nach oben, nehmt euch gerne kurz die 2 Sekunden Zeit, falls ihr neu sein sollte, checkt mal gerne, ob ihr schon die Glocke aktiviert habt, gerne auch kostenlos ein Abo da lassen, auf dem Weg Richtung 60.000 Abonnenten, für die, die sowieso jeden Abend einschalten, ich weiß, ich kann mir das nachvollziehen, wahrscheinlich nervt es euch, aber ich würde euch kurz dran erinnern, dass ihr Liebe da lasst und ich weiß, ihr macht es ja auch ordentlich, gestern im Video seid ihr richtig hart eskaliert, Dankeschön auf jeden Fall schon mal dafür und gestern gab es auch kurz eine Verwirrung, für die, die das Video gestern nicht gesehen haben, viele haben es nicht verstanden, ich habe nach 3 oder 4 Minuten, da habe ich was gesagt und zwar hat jemand in die Kommentare geschrieben, er würde das Video nicht liken, weil EA nicht guten Content bringt und ich habe dazu einfach nur gesagt, Freunde, es wäre nice, wenn ihr einfach meine Arbeit unterstützen könntet, mit einem Daumen nach oben, mit Watchtime da lassen, mit einem Abo, das würde mich auf jeden Fall supporten und unabhängig jetzt, was EA bringt, weil da habe ich keinen Einfluss drauf, wäre es nice, wenn ihr meine Videos supporten könntet, das wollte ich nur damit sagen, ich wollte nicht irgendwie 3, 4 Minuten Werbung machen, ich wollte nur auf den Kommentar, auf die Community, auf die Kommentare gestern nochmal etwas genauer eingehen, weil vor 2, 3 Tagen habe ich euch das explizit in dem Video gefragt, das nochmal kurz vorweg, ich glaube, das haben einige falsch verstanden, aber jetzt zum heutigen Content und damit let's go und rein da, denn wir haben Dusan Vlahovic als SPC da, er ist eine Woche tatsächlich da und das ist sehr, sehr interessant, denn meiner Meinung nach, und das habe ich jetzt mal grob schon mal drüber geschaut, wir gucken das uns gleich wieder bei Footbill an, sieht der ganz schön lecker aus, also Forster, Forster, wir haben Hoch- und Mittelarbeitsraten, 1,90 Körpergröße und dann gehen wir mal durch, Stürmer, Juventus, da muss ich direkt an Kien, POTM gucken, vielleicht können wir den gleich mal vergleichen, er hat Tempo, er hat einen ordentlichen Schuss, er hat passen und was mich sehr, sehr verwundert, da müsste ein fettes Upgrade vorliegen, Beweglichkeit und Balance, 80 Balance, 93 Beweglichkeit, 4,90 Körpergröße Karte, also das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus, 87er Rohestead ist dann da, ein bisschen Füßes, wir kennen das Ganze, Stärke natürlich, Körperpräzision, wie man Vlahovic halt kennt, angeschnittener Schuss und meiner Meinung nach ein ganz ordentlicher Squat, denn wir müssen nur 85er-Graden-Squat abgeben, ohne Special-Karten and that's it, das ist schon alles und das ist tatsächlich auch die heutige einzige Squat-Pilling-Challenge, das also schon mal zum SPC-Egment, wir gucken uns das natürlich gleich im Detail bei Footbill an, wie ihr das Ganze gewohnt seid. Jetzt gehen wir aber erstmal zu den Zielen, ja, da haben wir gleich auch einen, den wir uns anschauen, und zwar einen neuen Silverstar und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, Friends, wer ist es? Caboret, ja, auch ein damaliger Futurestar, der bekommt jetzt hier quasi so ein Flashback, eine Rückblickkarte, natürlich auch Silber, wie man es von den Silverstars kennt, drei Siege, acht Tore, sechs Torvorlagen. Also, sehr, sehr coole Geschichte, hatte damals einen Silverstar, hatte damals keinen Silverstar, einen Futurestar, so rum, hat jetzt einen Silverstar und deshalb, ja, finde ich eigentlich relativ nice, Silber-Experten war schon letzte Woche, aber was Neues und das ist ein Meilenstein, weil das geht tatsächlich, ihr seht es, ein Monat quasi, 28 Tage geht das Ganze in Silvercup und da müssen wir fünf Spiele machen, ein Sieg, drei Siege, fünf Siege, sieben Siege und neun Siege. Jetzt fragt ihr euch, okay, was sind das für Modi? Hier kleine, feine Packs, Gruppenreward, Megapack und ich muss euch ehrlich sagen, im Endeffekt ist es für mich, vom Gefühl her, Megapack for free, denn wir haben pro Woche 14 übrige Partien. Wir haben die Regeln, das seht ihr gerade nicht unter meiner Facecam, maximal Chemie, das seht ihr auch bei euch, genau Silber ist dann die Spielerqualität und null Leihspieler. Also, falls ihr einen geilen Silver Squad habt, dann ist das auf jeden Fall jetzt eure Chance, hier euch, ja, leicht an Packs zu kommen, easy, meiner Meinung nach, 14 Partien pro Woche, die wir also haben. Die Möglichkeit ist also da, tatsächlich alles in einer Woche zu machen, aber, wie gesagt, 28 Tage habt ihr Zeit, mehr als drei Wochen, also hier die Möglichkeit, neun Siege einzufahren, maximal, aus 14 Spiele pro Woche. Ich denke, das ist machbar, finde ich in Ordnung, kann man machen, muss man nicht. Ja, lasst mich gerne eure Meinung mal dazu wissen. Genauso wie zu Blauvitsch, zu Silverstar, natürlich aber auch hier zu den Objective-Geschichten. Dann gehen wir in den Shop, denn da war auch was zu diskutieren und ich würde mich natürlich wieder sehr über eure Meinung freuen. Wir haben uns da gestern ein bisschen oder nochmal erneut darüber aufgeregt, dazu übrigens auch gestern das in dem Video. Also, es gab tatsächlich Leute, die gesagt haben, das möchte ich gerne nochmal hier wiederholen, die gesagt haben, wieso ich denn das hier nicht abfeiere. 2000 FIFA Points, 200.000 Münzen, kann ich gerne nochmal wiederholen. Da gab es tatsächlich Leute im Kommentarbereich bei YouTube, die gesagt haben, wieso feiere ich das denn nicht? Das ist doch eigentlich relativ nice, dass sie das rausbringen, aber ein World Cup Token Pack, wo ein World Cup Token drin ist, den vielleicht der eine oder andere braucht, für 20 Euro Echtgeld anzubieten oder 200.000 Münzen, das ist schon meiner Meinung nach grenzend, angrenzend oder sehr eigentlich über der Grenze, den Schirm schon weg, an einer Frechheit dran. Und neu haben wir auch am Start, finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, um es mal ehrlich zu sagen. Läuft da nur noch 37 Minuten, zum Glück. Ich hoffe, oh mein Gott, guck mal, der Community-Lib geht immer weiter runter. 75.000 Münzen oder 1.250 FIFA Points, das sind 10 Euro, ein bisschen mehr, 10 Euro so, ja, also das ist schon frech. 10 Goldspieler sind da drin, 2 garantiert mit 85 geratet. Freunde, bin ich nicht der Typ von, besser bitte nicht machen. Aber was wir, und das kann ich euch empfehlen, gerne jeden Tag öffnen, einmal natürlich das Preview-Pack, das also nicht vergessen. Und wie gesagt, ich will jetzt, ich habe es euch gestern auch im Video gesagt, ich bin wirklich nicht der Erste, der hier gerne meckert. Aber bei dem, was EA so released hat, vor allen Dingen in den letzten Wochen, da muss man leider, da muss man leider auch mal ehrlich mit euch sein und sagen, ey Freunde, das ist wirklich kein guter Content teilweise. Und es gab ja auch viele, die da zugestimmt haben. Und also sofern, danke auf jeden Fall für eure Unterstützung. Und ja, einige haben da noch nicht quasi verloren. Gehen wir aber jetzt zu Footbin und schauen uns natürlich die neuen Karten an. Ich habe euch gesagt, wir haben tatsächlich schon, und ich sage es euch ehrlich, ich habe nicht damit gerechnet, denn die Pass-to-Glory-Karten waren ja immer so ein Zeigleich mit eben diesen Showdown-Karten, das Upgrade. Fernandes, das Upgrade ist schon da, verwunderlicherweise. Cabourri, Vlauvić, das sind natürlich die Karten, die wir uns anschauen wollen. Ja, und Gomez und Romero, Argentin ja gestern gewonnen. Die sind noch nicht geupgradet. Da sind noch keine Five-Star-Skills drauf, sowohl auf Romero nicht, der 355k kostet. Aber, interessanterweise ist Gomez tatsächlich jetzt extinct. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitbekommen. Ja, sehr, sehr interessant. Und apropos interessant, wir haben gleich noch, da gehen wir gleich hinzu, ein neuer Loaning-Screen. Falls ihr noch nicht gesehen habt, neue Probe steht an, ist bald da. Da können wir auch gleich schon reingehen in die Leaks, dazu aber gleich mehr. Jetzt erstmal zu den Karten an sich. Ihr seht, ja, die sind noch nicht geupgradet. Da werde ich dann ein separates Video nochmal zu machen. Aber Enzo Fernandes ist jetzt geupgradet. Und ja, das sieht natürlich, wie erwartet, sehr, sehr gut aus. Eine Allrounder-Karte, die hier auf jeden Fall am Start ist. Und die Frage natürlich an euch. Habt ihr ihn gemacht? Habt ihr ihn nicht gemacht? Habt ihr an Argentinien geglaubt? Habt ihr vielleicht beide gemacht? Um quasi auch Kroatien, vielleicht habt ihr auch an Kroatien geglaubt. Aber das war natürlich gestern ein sehr, sehr sicheres Ding. Heute Abend Frankreich, Marokko. Da sind wir auch mal gespannt, was denn dabei so rumkommt. Ja, habt ihr vielleicht auch die Showdown-SPC gemacht, die gestern rauskam? Ja, ich würde aber sagen, ich glaube, das war ganz schnell dabei. Er ist sowieso controlled. Nehmen wir einen Shadow drauf, einen Encore, irgendwas in diese Richtung. Und dann Abfahrt mit dem Kollegen. Coole Karte. Liga-Nost-Karte. Argentinien auch easy zu linken, was Argentinien betrifft. Insofern not bad. Dann haben wir Camboré. Zwei Sterne, drei Sterne. Pace hat er nach wie vor am Start. Nettes Upgrade. Gute, sympathische Silber-Counter, würde ich mal sagen. Und ich habe es euch verstanden. Wir gehen kurz in die Generations. Da seht ihr es. FIFA 22 war das erst. Oh, what? Ich hätte es 21 geschätzt, aber es war 22. Caboré, 85er. Future Stars Team 2 war er, wenn ich mich nicht höre. Jawohl. Future Stars Team 2, auch ordentlich. Pace am Start, 85er. Greate Karte. Coole Geschichte. Dusan Vlarovic kommt mit 66. Ich glaube, das wird auf jeden Fall auch günstiger, ist meine Meinung. Hier wieder die Footprint-Community. Sagt wieder Daumen runter komplett. Beziehungsweise wenig Daumen hoch. Giroud better, non-tent. Wir können natürlich gleich mal ein bisschen vergleichen. 20k and more, similar to Equine. Ja, wir können natürlich gleich mal den Vergleich antreten. Aber was ich, und das checke ich jetzt nochmal ab. Ja, tatsächlich. Also, 20 Agility kriegt er drauf von der 86er. Greate Karte, 27 Balance. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr sexy. Wieso? Kann ich euch ganz klar sagen. Und zwar, weil er einfach generell sehr, sehr ausgeglichen ist. Ich habe schon sehr gute Erfahrungen gemacht mit Leuten, oder mit Stürmern, die Pacer, Schuss haben, Dribbling und dazu auch noch die Physis. Ähm, passen sehe ich jetzt nicht so wichtig. Gerade bei Stürmern nicht. Composure ist da bei 87. Also, finde ich schon sehr, sehr nice. Eins kürpelt. Es ändert so ein bisschen für mich jetzt an Haaland. Längst, die kann er theoretisch auch sein. Also, da ist natürlich die Frage. Marksman drauf. Dribbling, Schuss und Physis nochmal boosten. Ich sag's euch, ja, würde ich wahrscheinlich machen. Engine, auch natürlich eine Option. Also, die Frage ist, wie wollt ihr es da haben, Friends? Lasst mich das gerne wissen, wie es da auch bei euch aussieht. Engine natürlich auch eine Option. Dribbling, Schuss und Paces da passen, wenn es euch dann noch ein bisschen ist. Forster, Forster, da ist er schon auf einem neuen Level. Und wenn wir jetzt in die Serie A gehen, uns die jeweiligen Positionen natürlich anschauen. Was man direkt sagen kann, ist der Kollege hier. Laut Dario Martinez, auch Forster, Forster, jetzt 85k. Bisschen teurer als die SPC. Bei ihm ist ähnlich. Er hat Pace, er hat Schuss, er hat Dribbling, er hat Physis. Ebenfalls Forster, Forster. Also, insofern hier eine interessante Geschichte. Ebenfalls Serie A. Diesmal natürlich hier Argentinien. Besser zu linken, meiner Meinung nach. Vielleicht auch deshalb so günstig. Wegen eben der Nation. Maybe. Jaco war auch ein Biest, ne? Und der hatte auch eben Pace, Schuss, Dribbling und Physis. War auch ein Biest. Drei Sterne, Fünf Sterne. Keine Forster, Forster. Aber dafür steht Fünf Sterne Weakfoot am Start. Ja, sonst sind die Alternativen da. Wir haben Keen gesagt, die SPC werden auch wahrscheinlich viele haben. Auch der hat Pace, der hat Schuss, der hat Physis, der hat Dribbling. Das ist auch wieder so dieser Type. Und der hat auch Forster, Forster. Vielleicht deshalb auch die Downvotes erst mit dem Italien-Link am Start. Man kann es sehen, wie man will. Also, falls ihr einen Serie A-Squad haben solltet und ihr wirklich sagt, ey, das ist ein Spieler, der Vlauvić. Den hände ich gerne mal im Team, weil ich Vlauvić-Fan bin oder weil er auf jeden Fall meinen Squad besser macht. Ja, dann bin ich der Letzte, der sagt, mach diese SPC. Ich finde sie für die Leute, die sie machen wollen, auf jeden Fall realisierbar. Eine Woche, ein 85er-Graded-Squad, fertig aus, Mickey Mouse. Also, ganz ehrlich, wer Bock hat auf die SPC, kann sie meiner Meinung nach auf jeden Fall machen. Es ist realistisch. Und insofern würde ich es jetzt nicht so negativ sehen wie die Footbill-Community. Klar können wir jetzt wieder auf den Deckel draufhauen sozusagen und sagen, okay, es ist nur eine SPC heute rausgekommen. Wo ist der Content? Wollen wir uns wieder drüber aufregen? Aber ganz ehrlich, das ist jetzt mal ganz neutral zu sehen. Würde ich einfach sagen, okay. Es ist okayer Content. Es ist okay. Und der, der Bock drauf hat, der macht es. Wer es nicht macht, der macht es halt nicht. Aber großartig ist drüber aufregen. Macht doch jetzt auch keinen Sinn, Friends. Übrigens, Halbzeit-SPC ist gekommen. Ich habe das Pack jetzt nicht gemacht. Small Record Players Pack. Falls ihr es gemacht habt, lasst mich gerne wissen, was ihr drin hattet. Ja, also das auf jeden Fall zu den Karten, die am Start sind zum Upgrade von Enzo Fernandes. Und ich habe es euch eben gesagt, wir haben auch ein Loading-Screen am Start. Da habe ich eben schon einen Screenshot gemacht. Und ihr seht es jetzt hier, jawohl, hoffentlicherweise. Ein Tag, 23 Stunden ist das Ganze am Start. Team of the Tournament. Dann geht es los mit dem Team of the Tournament. Ja, worum geht es? Natürlich um die Weltmeisterschaft, das Team des Turniers. Und da haben wir, wahrscheinlich war es klar, vor allen Dingen nach dem Spiel dann vor gestern, eine Karte, womit ihr jetzt wahrscheinlich alle rechnen werdet. Jawohl, wir gehen kurz rein in die Leaks. Für Sheriff hat es schon geleakt. Und zwar, ja, der Kollege. Er kommt raus. In dieser, wenn die dynamische, wenn das Bild natürlich rauskommt, wäre nochmal brutal. Dann würde er wahrscheinlich auch ein bisschen teurer werden. Aber Messi ist tatsächlich bestätigt. Die Stats sind natürlich prediktet, aber Messi wird eben als Team of the Tournament kommen. Ist es verwunderlich? Nein. Müssen wir ganz ehrlich sagen, wie es ist. Gestern ins Finale gekommen mit Argentinien. Also insofern überhaupt nicht verwunderlich. Das aber auf jeden Fall schon mal die erste Karte. Die nächsten Tage werden wahrscheinlich weitere Leaks kommen. Da werden wir uns dann morgen drum gekümmert. Und am Freitag geht es dann los mit der Probo. Falls weitere Informationen in Bezug auf die neue Probo kommen, dann erfahrt ihr es hier natürlich auf dem Channel auch als erstes. Und das auf jeden Fall zum heutigen Content. Loading Screen, Silver Star, Silver Cup, Vlaovic SBC, das Upgrade der Showdown SBC, um alles noch zusammenzufassen. Und falls ihr jetzt noch mehr Bock habt auf mehr Content von meiner Seite aus, dann könnt ihr jetzt hier unten mit klicken. Da findet ihr ein neues Video von mir. Checkt das gerne ab. Lasst auch da deine Liebe da. Dankeschön für eure Support. Für das tägliche Einschalten. Für das zum Ende. Schauen bis zum Ende. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Abend, einen entspannten Tag. Je nachdem, was das schaut. Dankeschön für eure Liebe. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.